so sprich mit den schatz wenn man die als göttliche auge ich habe gerade erledigt hey was geht da kann ich mit der redner wo ich im kampf bin ja du bist mein geht ich hatte aber der freund und mit zehn bis da bescheiden was passiert der mit auf damit kann das wagen aber jemand die viecher dagegen ja ich sage aber ja nichts weil ich tot bin ich werde angegriffen werde bei mann hilft er wird ja mal mehr angefangen ist sehr interessant aber ich werde ja gerade während einer cutscene getötet also kann man ein bisschen hin machen freien und hilf mir gefällt das geben wir noch mal eine emotionale geschichte das war eine traurige geschichte das war los geht's ja ich nehme an ich muss nicht noch mal kämpfen ja nicht dass ich in der katzen gestorben